Ah, die Runde ist eh gleich vorbei. Also wird jetzt irgendeiner von euch den G-Hub zünden oder so. Oder einfach ausflitten. Soll ich vielleicht irgendeinen Ruf 1 Box für Ja, 2 Box für Nein und 3 Box? Ich verstehe diese Frage nicht. Nein, das helfen wir auch. Das helfen wir nicht. Junge, wer ist das los? Soll ich dein Psychiatreinbuch? Geht schon. Tötting ist dein Karma. Lachsame. Jo. Komm mit. Merci beaucoup. Hm, wenn ich jetzt in die Mine reinlaufen würde. Was ist denn hier passiert? Was ist denn bloß passiert? Ich glaube, das war Wambo. Der steht hier. Weil, weiß er. Ja, ich glaube, der hat die mit den Minen hochgejagt. Wann man kill. Das ist ein Falschaussage. Guck, du block den Fahrstuhl. Bagnor. Bagnor. Steck mich weg. Falschaussage. Block mich nicht. Ich bagel. Ich auch. Wer hat meine Diegel genommen? Auf willst du blocken? Auf willst du blocken? Ich. Alter. Ne. Alter. Falschaussage hast du meine Diegel genommen? Nein. Mach mich weg. Danke für den Effekt. Danke. Warte, dann wängst du zufällig auf. Ja. Hier? Ja. Alter, ich hab schon. Unicorn is proven. Cookie, willst du dich unserer Gemeinschaft nicht anschließen? Wir sind die Sekte der Grünen. Ja. Du kriegst dann auch einen Friend hinter deinen Namen gesetzt. Komm, das willst du. Ich weiß es. Du willst einen Friend hinter deinem Namen haben. Jeder will einen Friend, Junge. Ein Friend von mir, ja? Ich muss mal einen Friend. Ein grünes Friend. Troll und Unicorn haben schon ein grünes Friend hinter ihrem Namen. Ein grünes Friend. Ich will einen Friend haben. Du willst einen Friend haben? Dann komm mit. Der Herr, wenn ich bitten dürfte. Einmal in die Umkleidekabine. Sie kommen danach als neuer Mensch hier raus. Hast du da rein oder wie? Ja. Du kommst danach als ganz neuer Mensch raus. Als Friend. Nö, nö, nö. So nicht. So bist du aber kein Friend. Nö, du bist gar kein Friend. Nö, du bist gar kein Friend. Du hättest dich aufopfern können für mich. Dann wärst du ein Friend gewesen. Aber du bist jetzt nur... Du bist für mich nur ein Missing. Ja. Ein hellblauer Missing. So. Jetzt bist du ein Friend. Jetzt kann ich dich nicht mehr auf Friend setzen. Hey, wo kommst du denn hier? Oh, das war aber scheiße, gell? Das war ziemlich scheiße. Das war scheiße. Das war scheiße. Fuck jetzt. Naja. Ich hab genug getötet, das heißt. Genau. Oh, fuck. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Die Zeit läuft fast ab. Scheiße. So viele Hühnchen. Das ist so schön. Das war's wert. Okay, ich dachte dann, sag uns wenigstens, was du mit Jay gemacht hast. Ich habe ihn, äh, massiert. Warum hast du dich die Hüte rausgelassen, Mann? Das ist meine Form, hallo? Das sind meine Babys.